Also, dass sie nur aus Rubber Seeds macht, wenn mehr als, keine Ahnung, 300 Rubber, oder Resin ist es ja eigentlich, im System vorhanden ist, also im Logistiksystem. Das heißt, du kommst jetzt mal einfach da hin und brauchst wieder zwei Kisten. Ah, ich kann gerade nicht craften. Aber gut, wir bereiten dich schon mal vor. Du stellst bitte her, Sulfur Seeds. Das Ding haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Kann man irgendwie normale Bäume mutieren? Ja, die ganzen Tree Farm Forschungsdinger habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Wobei, diese Sulfur Wood Dinger, die sollen von Ditek kommen. Das ist keine Tree Farm Sache, das müsste man ja auch eigentlich direkt hier sehen. Genau, Core Ditek Core. Kann also keine Tree Farm Forschung sein. Aber in der Wildnis, so einen komischen gelb-orange-roten Baum, wird mir glaube ich auch nicht auffallen, außer erst umgeben von grünen Bäumen. Mal vermehrt drauf achten, weil sobald wir einen davon haben, könnten wir halt Schwefelproduktion komplett biologisch machen und müssten dafür nicht mehr Ressourcen verbrauchen. Wobei die Ressourcen auch unendlich sind beim Schwefel, ne? Ist ja nur Petroleum, Gas und Wasser. Ein Sulfur Wood gleich zwei Sulfur. Was wollte ich? Achso, genau. Du machst bitte aus Resin Rubber Seeds. Dann brauchst du ein intelligentes Ärmchen, das du gerade nicht vorrätig hast. Haben wir hier eins. Ein intelligentes Ärmchen da. Dann brauchen wir zweimal rotes Kabel. Und die breche ich jetzt nicht ab. Ich habe mir geschworen, dass ich die endlich irgendwann mal aufstelle. Also ich bereite schon mal zwei rote Kabel vor. Dann brauche ich noch eine Requester Chest. Dafür fehlt Stahl. Eine davon, eine davon. Und dann gucke ich mal. Also wir planen, wie gesagt, wir verbinden mit dem roten Kabel das da mit dem. Und die Kiste mit dem. Wobei ich testen sollte, ob wir das überhaupt brauchen mit der Kiste. Also mit dem verbinden von Kiste und das da. Weil ich glaube, wir hatten hier ja schon mal getestet. Hier ist das Smart Chest. Wir hatten irgendwo nochmal ein grünes Ärmchen mit einer Logistikkiste getestet gehabt. Und da brauchten wir keine Verbindung. Ja, umso besser. Heißt einfach Kiste hinsetzen. Denn hier einstellen. Du nimmst... Wir müssen doch nicht mehr Kiste hinstellen. Okay. Bitte mach das nur, wenn mehr als... Ich weiß nicht, wie viel Resin wir später brauchen. Mach mal 100. Also du arbeitest nur... Also du nimmst nur Resin von der Kiste gleich. Und tust es in die Fabrik, wenn wir mehr haben als 100 Resin. Das heißt, alles überschüssige an Resin wird zu Seeds gemacht. Also wir können irgendwann eine Riesenwälder bauen, wenn das so weitergeht. Äh, Kiste. Kiste. Du hättest gerne... Du hättest gerne Resin. 50 Stück. Mehr nicht. Erstmal. Sodass die Roboter nicht gleich wieder alle am Fliegen sind. Apropos Roboter fliegen. Bauen wir weiter. Lala. So. Dü... Düb. Schnelleres Ärmchen. Den brauchen wir nicht nö. Ja gut, das läuft soweit. Beschränken tue ich die auch nicht. Das heißt, wir können immer sporadisch hier hin vorbeigehen. Und dann von Hand Bäume setzen. Oder wir erweitern später unser Roboter-Netzwerk hier mit dem Robo-Port hin. Setzen dann hier Gib mir Kisten hin, die dann immer das da befüllen und entfüllen. Und dann haben wir endlich viel Resin und endlich viel Samen, um dann Riesenwälder zu bauen, um fast gar keinen Smog mehr durchzulassen. Wobei es jetzt schon wieder einen Ticken schlimmer aussieht als vor kurzem noch. Also dieser Auswuchs da kommt immer wieder raus und gehen wir rein. Raus und wieder rein. Wahrscheinlich, genau. Weil der Wind gerade direkt nach Westen pustet. So, setzt den mal bitte da hin. Was ist mit dem Eisen hier los? Schnell, schnell, schnell. Sehr komisch, dass wir zu viel Eisen haben. Die Stahl-Dinger soll ich vielleicht doch demnächst auch mal anschließen. Was denn auch wieder mit den intelligenten Ärmchen machen werde? Die sind echt super. Ich hätte da früher drauf kommen sollen. Also ich kann ja einfach das so einstellen, dass die intelligenten Ärmchen nur Eisen annehmen, um daraus Stahl zu machen, wenn mehr als x Eisen im System ist. Also sagen wir mal 1000 müsste momentan für uns ein realistischer Wert sein. Das heißt, jeder Überschuss an Eisen wird einfach zu Stahl gemacht. Und so haben wir immer Stahl vorrätig für alle Unterprodukte. Immer Eisen vorrätig für alle kleineren Sachen. Und der Luxusartikel Stahl wird dann halt nur hergestellt, wenn die Basic-Sachen abgedeckt sind. Weil Basic-Sachen sind wichtig, wie zum Beispiel hier grüne Tränke, rote Tränke. Das nützt uns nichts, wenn wir 1000 Stahl haben, aber kein Eisen. Und dann keine Froschung machen können. Können wir ganz viele Stahl-Pick-Echsen machen und von Hand alles zerstören und aufbauen. Aber das sieht schon mal sehr gut aus. Sehr, sehr gut. Roboter. Freilassen. Das heißt, ich müsste hier gar nicht sofort alles... Wie viel Smog produziert ihr eigentlich? Oh, 3,6. Oh, wow, 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 wow. Smog 1,8. Ja, die sind doppelt so schnell verbraucht, aber produzieren auch doppelt so viel Smog. Das habe ich bei meiner Berechnung nicht bedacht. Also ich hatte ja vor kurzem gesagt gehabt, dass wir die elektrischen Schmelzöfen gar nicht brauchen, weil wir ja genug Fühlblocks haben und so weiter. Wie viel? Wo seid ihr? Das kann ich noch gar nicht. Hier? Steht natürlich wieder kein Pollution-Wert dabei. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ein elektrisches Schmelzofen weniger Pollution produziert, dafür dann halt Strom verbraucht, den wir herstellen, indem wir mehr Pollution generieren. Das müsste man echt auf so einem College-Block durchrechnen. Und das wird ganz schön komplex. Also relativ komplex. Man müsste halt mit reinberechnen, dass die Fühlblocks halt auch Pollution erstellen. Das heißt, man müsste dann durchrechnen, wie viel Pollution eine Chemical Plant produziert, während sie einen Fühlblock herstellt. Also einen festen Wert. Dann müsste man das dann dazu berechnen, bei dem Schmelzofen, wie viel der Schmelzofen der elektrische selber am Pollution produziert und dann noch, wie viel Energie er verbraucht und wie viel Fuelblock im Boiler es braucht, um den Steam Engine so weit zu bringen, dass er die Energie produziert, die der elektrische Schmelzofen braucht. Und das denn zusammen gegenrechnen gegen die 3, was auch immer das hier sind. 3,6. Wobei man beim elektrischen Schmelzofen die Pollution-Module reintun kann. Bei den Chemical Plants bin ich mir gerade nicht so sicher gerade. Also ich hoffe mal, es geht nicht. Oder es geht und ich habe es damals gemacht. Sonst wäre das ja nicht so schön. Ne, habe ich nicht. 1,8, 1,8, 1,8. Überall sind hier Chemical Plants, die alle keine Blution-Module haben. Und ich wundere mich, dass die Auswüllstum da weiter voranschreitet. Bau, oh. Keine Kupferplatten. Ja, die hole ich gleich. Neh mal bitte. Die da, tut die da rein. Grüne Chips habe ich leider nicht, Junge. Tut mir leid. Warum arbeitet ihr nicht? Kein Leichtöl. Was? Oh, wir haben irgendwo Stau. Da. Schwerölstau. Okay. Das muss ich schnell beheben mit einfach mehr Tanks. Da und da. Nehme die Lampe da weg. So, die füllen sich jetzt mit Schweröl. Die fangen an zu arbeiten. Dadurch kriegen wir wieder Leichtöl. Gut, dass mir das aufgefallen ist. Sowas ist nämlich nicht schön. Was mich auch viel daran erinnert, dass wir ebenfalls zu den zigtausend anderen Sachen, die wir gleichzeitig machen müssten, das Splitten erforschen sollten. Das bessere Refinern. Weil dadurch kriegen wir halt auch das Aufsplitten von Schweröl in Leichtöl. Dann staut sich das hier nicht so. Größere Tanks werden auch noch schön. Und Substations. Und ja. Das dauert echt lange. Das habe ich total unterschätzt, wie lange es dauert, in angenehme Tech-Stufen zu kommen. Wo man halt nicht so viel managen muss. So, Wind ist schon mal wieder gewechselt. Das ist gut. Hier. Ich brauche Kupferplatten. Kupferplatten, Kupferplatten. Kupferplatten. Jetzt sind Brützel. Blei verarbeitet haben wir uns noch nicht mehr bei 50%. Das ist krass. Gibt noch ein bisschen mehr Eisen, damit ich die Stahldinger durchgefüllen kann. Und bau davon ein paar. So. Rein, rein, rein. Raus, raus, raus. So. Was noch? Bäume. Ja, kümmern wir die Bäume da. Ich mache mal am Westen zu. Weil wir haben recht häufig Wind nach Westen. Von Osten kommend Richtung Westen pustend. Dass ich hier ganz gerne so einen Halsschutzfall hätte. Und ich mag Monokulturen. Also weg mit euch. So. Und an dem Tag, an dem Monokulturen ein Problem wird, wie es in Real Life ja auch ein Problem normalerweise ist, weiß man, dass Ditek zu weit gegangen ist. Also wenn jetzt Schiedlinge auftauchen, die nur einen Wald angreifen, wenn es nur aus einer Art von Wald besteht. Dann hat der Mod-Auto definitiv übertrieben. Sowas könnte ich mir bei Wow Fortress auch gut vorstellen. Okay. Das ist ja noch ein Ticken komplizierter, ne? So ein ganz kleines Tickenkin. Wobei Automatismen waren nicht so viele da. Oh, du musst weg. Weg. Das wird ein schöner Block. Wisschen krumm und schief, aber es wird ein Block. Und der sollte Smog abhalten. Das ist nicht zu der Basis, der kommt. Solange bis ich meine Combat Shutgun habe und meine modulare Rüstung. Und dann da die Small weiter wegschießen kann. Und die Spawner. Aber wenn das echt nur Small sind, könnte ich echt versuchen, diese Dreierpunkte anzugreifen. Es werden sehr viele sein, ja. Deswegen kann ich jetzt schon mal Munition herstellen. Sollte. Keine so schlechte Idee ist. Es werden sehr viele sein. Aber ich hoffe, ich kann dagegen anstehen. Kann wenigstens ein Spawner töten, dann zurückziehen, dann wieder zurücklaufen, dann wieder ein Spawner töten und so weiter. Das wären dann nämlich dreimal im Schnitt zu viel Atefakte. Also zwölf, was nicht viel ist. Aber wir hätten schon mal die Bedrohung vor der Haustür weg. Dann nochmal den dazu. Dann wären wir schon bei fast 20. Wir brauchen an die 50 oder so, ne. Ah, das ist so garstig. Also an die ersten Alien-Effakte ranzukommen. Außer ich mache hier diese Einbunker-Taktik und ultra viel Pollution. Aber das hat ja auch nicht so wirklich gut geklappt in der letzten Welt, ne. Warum arbeitest du nicht? Weil wir nicht mehr genug Rubber im System haben. Resin. Ja. Hat er alles verbraucht. Ganzartig. Oh, die intelligenten Ärmchen sind super. Sehr schön. Roboter? Roboter. Zack. Und 42 Roboter sind am Arbeiten. Stapeln sich irgendwann mal irgendwo grüne Chips. Ne. Die werden sich erst stapeln, wenn wir auf MK3-Fabriken, MK4-Fabriken umsteigen. Aber das hier schaut gut aus. 52. Das ist unerwartet. Ja, jetzt müsste ich die umbauen. Also ich lasse jetzt nochmal Blei durchtickern. Das dauert bestimmt noch so anderthalb, zwei Folgen. Wenn es dann durchtickert ist, dann versuche ich dran zu denken, diesmal, wenn die Forschung durch ist, das hier alles abzureißen, die dann hier hinten irgendwo neu aufzubauen und damit Kisten zu versehen. Und dann hat das damit besser hin. Kann ich jetzt besser steuern. Und dann haben wir jetzt schon genug hellblaue Science Packs. Ich kann die mal hier einsacken. Wir haben jetzt genug hellblaue Science Packs, um die Combat-Statkan zu erforschen. Richtig. 50, ja. Raketenzeug ist alles nur grün und rot. Brauche allerdings auch noch ein bisschen, weil wir zwei Sachen dafür erforschen müssen, bevor wir Rocketry erforschen können. Aber ist trotzdem in greifbarer Nähe. Und das ist schon mal ganz schön. Das heißt, jetzt speichere ich erstmal ab. Nächste Folge werden wieder Roboter produziert. Wir kümmern uns um die Bäume. Also immer schön weiter Bäume da bauen. Weil ich würde doch ganz gerne noch mehr Ressourcen haben und dann anfange, hier noch mehr Fabriken zu bauen. Dann wird die Forschung vorangetrieben. Ich werde wahrscheinlich alle acht neu aufbauen. Eventuell sogar mehr. Aber ich denke, acht sollten eigentlich reichen. Wir haben es bisher nie geschafft, dass wir so viele durchgehend haben arbeiten lassen. Also jetzt geht es momentan gerade, weil es halt nur grün und rot ist. Aber sobald wir auf hellblau umschwenken, werden wir nicht acht Fabriken durchgelaufen lassen können. Und wir haben nicht genug Ressourcen für eine zweite hellblaue Fabrik. Naja. Also eventuell nochmal Draht, nochmal Chips. Bei woran mangelt es? Am Draht. Eventuell einfach nur zwei Fabriken, die nur Draht herstellen. Können wir ja da und da hinpacken. Und dann lassen wir die Ärmchen einfach hier weiter laufen. Äh, die Fließbänder. Boah, das gucken wir dann gleich. Bis dennne.